So, frisch gestärkt geht es nun wortwörtlich unter die Haut. Herzlich willkommen. Mein Name ist Carol Zahn. Ich bin Assistenzärztin auf der Dermatologie des Inselspitals Bern und freue mich sehr, Ihnen in den kommenden 20 Minuten die Hauttumoren etwas näher präsentieren zu dürfen. Die Veranstaltung steht ja unter dem Überbegriff Wissenschaft Mut. Ich möchte Ihnen heute diesen Mut geben und Ihnen die Angst vor dem Gang zum Hautarzt nehmen. Die Haut ist ja das grösste Organ des Menschen. Beim Erwachsenen beträgt sie bis zu zwei Quadratmeter und wir sollten ihr deshalb entsprechend achtgeben. Nun eine kurze Themenübersicht, damit Sie wissen, über welche drei Bereiche wir heute sprechen werden. Zum einen, wie können Sie einen Hauttumor erkennen? Wir werden auch die sogenannte ABCD-Regel miteinander genauer anschauen. Dann, wie können Sie generell Ihr Risiko für Hauttumoren senken, dass es erst gar nicht dazu kommt? Und im dritten Teil schauen wir, wenn Sie eine auffällige Hautläsion entdeckt haben, wie können Sie dann mit uns in Kontakt treten? Tumor. Das tönt per se für viele furchteinflößend, bedeutet aber eigentlich nur eine Gewebewucherung oder ein Gewebeplus. Und dies kann eben gutartig oder bösartig sein. Und was heisst bösartig in dem Fall? Die Möglichkeit besteht, dass dieser Tumor in andere Körperregionen streut und sogenannte Metastasen oder Ableger bildet. Und Sie sehen hier fettgedruckt diese Hauttumoren, die wir genauer miteinander anschauen werden. Und es gibt natürlich noch sehr viele mehr. Wenn wir von Hauttumoren sprechen, müssen wir zwei grosse Gruppen unterscheiden. Der weisse oder helle Hautkrebs und der schwarze Hautkrebs. Und der helle Hautkrebs, also der weisse Hautkrebs, entsteht durch ein zu viel an abnormal gebildeten hornbildenden Zellen, also sogenannten Keratinozyten. Und der schwarze Hautkrebs entsteht durch ein zu viel an abnormal pigmentierten Zellen, also Melanozyten. Und jetzt vorerst konzentrieren wir uns auf den weissen Hautkrebs. Und dort gibt es eine sogenannte Präkanzerose oder eine Vorstufe des weissen Hautkrebs, die aktinische Keratose. Und Sie sehen hier ein klinisches Bild von einer Kopfhaut eines älteren Herrn. Und man sieht hier viele raue Stellen auf der Kopfhaut. Und wenn so ganz viele raue Stellen aufeinander treffen, dann nennt man dies auch Feldkanzerisierung. Und diese Vorstufen muss man eben behandeln, damit es nicht in den weissen Hautkrebs weiterführt. Und hier rechts dargestellt sehen Sie noch eine schematische Übersicht, also die aktinische Keratose. Hier die Vorstufe mit den abnormalen hornbildenden Zellen, die, wenn sie sich vermehren und in tiefere Hautschichten eindringen, wie hier, entsteht dann eben der weisse Hautkrebs. Und therapieren kann man diese Vorstufen auf verschiedene Art und Weise. Wir werden nachher noch über den Sonnenschutz sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Tumorgewebe tief zu gefrieren mittels Kryotherapie oder flüssigem Stickstoff. Man kann es auch mechanisch entfernen mittels Kyretage oder Shave. Da sehen wir nachher auch noch Bilder dazu. Oder es gibt auch lokale Applikationen von Cremes, die dann eine immunmodulierende Wirkung aufweisen. Und wenn man jetzt eben diese Vorstufen nicht behandelt, dann kann es zum Spinalium führen oder auch Plattenepithelkarzinom genannt. Präsentiert sich klinisch ähnlich wie die aktinischen Keratosen, auch wieder so verkrustete Läsionen, die relativ schnell wachsen an sonnenexponierten Hautarealen, wie zum Beispiel dem Gesicht. Und das Spinalium ist der zweithäufigste bösartige Hauttumor überhaupt. Und die Therapie der Wahl hier ist klar, es ist die Chirurgie, also das Rausschneiden des Tumors. Wir haben auch noch eine andere Form vom Weissenhaukrebs, nämlich das sogenannte Basaliom oder Basalzellkarzinom genannt. Das ist der häufigste bösartige Hauttumor überhaupt. Präsentiert sich klinisch ein wenig anders als das Spinalium, nämlich mit einem meist so erhabenen Knötchen, Perlschnurartigen Aspekt und so Gefässneubildungen, die man sehen kann. Manchmal präsentieren die Patienten auch Wunden, die trotz adäquater Wundtherapie einfach nicht heilen wollen. Und das Problem beim Basalium vor allem ist die lokale Tumorausbreitung. Und Sie sehen hier ein Beispiel, woran ich das ein bisschen erklären möchte. Das ist eben an anatomisch wichtigen Stellen, wie zum Beispiel dem Auge, kann man sich vorstellen, wenn dieser Hauttumor jetzt einfach weiter wächst, dann kann er irgendwann das Gesichtsfeld vom Patienten einschränken und daher muss man dann das auch chirurgisch entfernen. Und wichtig eben zu vermerken ist, dass das Basaliom sehr selten eben metastasiert, also Ableger in anderen Körperregionen vollbringt. Genau. Hier jetzt nochmal die Übersicht. Wir gehen jetzt über zum schwarzen Hautkrebs, dem Melanom, also eben ein Zuviel an abnormal pigmentierten Zellen. und Sie sehen hier zuerst mal eine Übersicht von allen verschiedenen gutartigen Hautläsionen, sogenannten Nevi oder Leberflecken. Und Sie sehen hier auch die grosse Diversität. Also das kann ganz unterschiedliche Formen und Farben annehmen und hier ist es eben sehr schwierig, das für einen Laien zu erkennen, ist das jetzt noch eine gutartige Hautveränderung oder handelt sich schon um ein Melanom, also einen bösartigen Hauttumor. Und ein Melanom kann dann eben aus diesen gutartigen Hauttumoren entstehen, muss aber nicht. Kann auch einfach auf sonst voriger gesunder Haut entstehen. Und jetzt kommen wir eben zu dieser ganz wichtigen ABCD-Regel, die Sie eben selber auch zu Hause anwenden können. Sie können Ihre Haut selber untersuchen. Sie sehen hier alles klinische Beispiele von Melanomen, die alle eben diese ABCD-Regel erfüllen. Und A steht für Asymmetrie. Also wenn wir jetzt hier bei diesen Hautveränderungen eine imaginäre Linie durch die Mitte ziehen würden, dann sieht man, rechts und links ist es nicht schön symmetrisch. B steht für Begrenzung, also unscharfe Ränder. Zum Beispiel hier ist es ein bisschen unscharf oder auch dann hier. C kommt aus dem Englischen für Color und das heisst verschiedene Farben in der gleichen Hautläsion vereint. Also eben schwarz zusammen mit braun. Hier geht es schon auch ins Blutende. Auch hier heller zusammen mit dünkleren Arealen. Und D zum Schluss steht für Dynamik. Also wenn der Patient uns berichtet, diese Hautveränderung ist innerhalb von einem Monat extrem gewachsen oder ein Teil ist dazugekommen, dann lässt uns das aufhorchen und natürlich umso mehr von diesen Faktoren vorhanden sind, umso suspekter ist die Hautveränderung auch von unserer Seite her und man muss es dann genauer anschauen. Dann kommt eben der Patient zum Beispiel zu uns in die Klinik und wir sehen dann einen Rücken voller Hautveränderungen. Aber hier ist bei weitem nicht alles jetzt ein Melanom und da muss man dann eben genauer hinschauen. Es gibt hier auch sehr viele gutartige Hautläsionen wie seboroische Keratosen. Das sind einfach sogenannte Alterswarzen, die eben nicht dieser ABCD-Regel folgen und dann auch manchmal so ein bisschen aussehen können wie Melanome. Aber das Wichtige ist, man muss auf die Suche vom hässlichen Entlein gehen, sagen wir dem. Also diese eine Hautveränderung, die irgendwie einfach nicht ins Bild passt, die ganz anders ist wie alle übrigen. Und klinisch kann sich dann eben das so präsentieren. Auch wieder ein Beispiel für ein Melanom. Wir repetieren hier nochmal die ABCD-Regel. Also eben asymmetrischer Befund. Die Begrenzung ein bisschen unscharf. Hier auch erhabene Areale. C-Color ist auch verschiedene Farben in der gleichen Hautveränderung vorhanden. Und die Dynamik der Patient berichtet, das ist in den letzten Wochen extrem gewachsen. Und es ist eben gerade beim schwarzen Haukrebs oder Melanom extrem wichtig, dass sie früh zu uns kommen und man die ganze Hautveränderung komplett früh entfernt. Und Sie sehen hier, warum. Hier ist eine schematische Darstellung der Tumordicke. Und Sie sehen, umso weniger dick der Tumor ist, umso weniger besteht das Risiko, dass er irgendwie andocken kann an hier Blut, Lymphgefäße und so weiter. Versus wenn hier der Tumor wirklich schon weit fortgeschritten ist und in das subkutane Fettgewebe hineinragt, dann ist natürlich die Gefahr, dass der jetzt bereits Ableger gebildet hat, sehr viel höher. Und dann kommen eben diese Lymphknotenstationen, die einen wichtigen Teil spielen, hier zur Rolle und werden hier wirklich dann eben auch abgetastet nach einem klinischen Untersuch, weil das wären wie die ersten Anlaufstellen, wo der Tumor andocken könnte, nebst in Blutbahnen. Und eben, ich habe es vor schon angetönt, auch hier rausschneiden, die gesamte Lesion rausschneiden, das ist der erste Schritt. Manchmal muss man auch einen Sicherheitsabstand noch dazu nehmen und eine Wächter-Lymphknotenbiopsie durchführen. Und wenn man dann eben schon im vorgeschrittenen Stadium ist und schon Ableger hat in anderen Körperregionen, dann kommen auch Systemtherapien zum Einsatz. Nun, wie können Sie versuchen zu verhindern, dass überhaupt ein solcher Hauttumor entsteht? Und hier spielen die Risikofaktoren eine grosse Rolle. Es gibt Risikofaktoren, die können Sie einfach nicht beeinflussen, zum Beispiel Ihr Hauttyp. Entweder haben Sie eher hellere Augen und auch rote bis blonde Haare und eher ein heller Teint. Dann haben Sie einfach auch ein Risiko, dass Sie früher Sonnenbrände entwickeln und Sonnenbrände sind wiederum ein Risikofaktor für einen Hauttumor. Versus, wenn Sie eben Hauttyp 5 bis 6 haben, dunklere Augen, dunkle Haare und eben eher eine dunklere Haut, dann können Sie prinzipiell länger in der Sonne bleiben, ohne dass Sie einen Sonnenbrand entwickeln und das Risiko ist ein bisschen geringer für Hauttumore. Ein Risikofaktor, den Sie auch nur bedingt beeinflussen können, ist die Immunsuppression, sei es zum Beispiel durch eine HIV-Infektion oder auch durch immunsupprimierende Medikamente, die Sie einnehmen müssen, zum Beispiel nach einer Leber- oder Nierentransplantation. Dies erhöht einfach auch generell das Risiko für Hauttumoren. Und die Genetik spielt natürlich auch immer eine gewisse Rolle und wenn jetzt in Ihrer Familie schon mehrere Generationen Hauttumoren erlitten haben, dann haben Sie per se auch einfach ein leicht erhöhtes Risiko, später einen Hauttumor zu entwickeln. Und jetzt kommen wir aber zu einem Risikofaktor, den Sie eben aktiv beeinflussen können und das ist die Sonneneinstrahlung und wie Sie mit der eben umgehen. Wir haben hier prinzipiell die UV-A-Strahlen, die eben in tiefere Hautschichten eindringen und vor allem für die Hautalterung und die Faltenbildung zuständig sind und die UV-B-Strahlen, die ein bisschen in oberflächlichen Hautschichten bleiben und vor allem für die Sonnenbrände verantwortlich sind. Und hier gilt es, sich gut gegen die Sonne zu schützen. Wie machen Sie das jetzt? Sie sollten in der Mittagszeit möglichst die Sonne meiden, also so zwischen 11 und 15 Uhr und wenn Sie an die Sonne gehen, dann nur mit Hut, Sonnenbrille und entsprechender Kleidung plus auch Sonnenschutzmittel, dass Sie mit hohem Lichtschutzfaktor auftragen sollten, also Lichtschutzfaktor 30 bis 50. Solariengänge möglichst meiden und auch ganz wichtig, egal ob Sie jetzt gerade in den Bergen am Skifahren sind oder im Garten, der Sonnenschutz gilt überall. Die Sonne ist überall und man muss sich entsprechend vor ihr schützen. Sie sehen hier zwei Beispiele. Dieses Kind hier macht das vorbildlich, trägt Sonnenbrille, Sonnenhut und wird noch fleissig eingecremt. Diese Herren hier nehmen es schon ein bisschen lockerer, tragen zwar alle eine Sonnenbrille und cremen sich auch fleissig ein, aber was hier gut ersichtlich ist, ist, dass der Sonnenhut fehlt. Und gerade in solchen ein bisschen mit lichterem Haar bedeckten Zonen ist das ganz entscheidend. Wir kommen zum letzten Teil dieser Präsentation. Wir nehmen jetzt an, Sie haben eine hautverdächtige Läsion entdeckt und möchten mit uns in Kontakt treten. Wie geht das jetzt vonstatten? Und hier sind wir ja auch im digitalisierten Zeitalter angekommen und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie mit uns auch online in Kontakt treten können, bevor Sie dann bei uns in der Klinik sich presentieren. Haben Sie bei sich eine Hautirritation festgestellt, möchten aber nicht extra einen Termin vereinbaren, sei es aus zeitlichen oder persönlichen Gründen? Genau dafür haben wir Darmatologie online entwickelt. Diese Plattform ermöglicht es Ihnen für Fragen zu Haut- und Geschlechtskrankheiten schnell und unkompliziert via Internet Kontakt mit unseren Dermatologen aufzunehmen, um so eine Erst- oder Zweitmeinung einzuholen. Das Vorgehen ist simpel. Als erstes machen Sie von der betroffenen Stelle ein Foto. Anschließend eröffnen Sie bei Derma online ein Benutzerkonto und laden das Foto hoch. Nachdem das Bild bei uns eingetroffen ist, schauen Sie sich unsere Dermatologen an und besprechen sich, falls nötig, mit Spezialisten aus den unterschiedlichen Disziplinen. Innerhalb von einem Arbeitstag erhalten Sie via E-Mail eine Antwort auf Ihre Anfrage. Wenn keine persönliche Vorstellung bei einem Dermatologen angezeigt ist, endet die Konsultation hier. Andernfalls werden Ihnen unsere Spezialisten vorschlagen, einen Termin zu vereinbaren, um Sie für eine Untersuchung in der Klinik zu empfangen. Wir von der Universitätsklinik für Dermatologie am Indischspital Bern freuen uns, für Sie da zu sein, physisch und ab sofort auch online. Gut, nach diesem kurzen Online-Exkurs, Sie dürfen natürlich auch jederzeit bei uns persönlich vorbeikommen. Und wie sieht dann eine Konsultation bei uns aus? Wir werden natürlich zuerst ein Gespräch führen. Hier werden Sie gefragt, seit wann besteht diese Hautveränderung? Wie war der bisherige Verlauf der Hautläsion? Haben Sie schon Therapien durchgeführt? Manchmal berichten die Patienten auch einfach über ein ungutes Gefühl dieser einen Hautveränderung. Das muss man auch ernst nehmen und entsprechend angehen. Die Risikofaktoren werden abgefragt, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Es wird eine persönliche und Familienanamnese durchgeführt. Also sind bei Ihnen zum Beispiel schon Hauttumoren im Voraus bekannt oder in der Familie und nehmen Sie regelmässig Medikamente ein, also eben zum Beispiel immunsupprimierende Medikamente. Das ist alles wichtig für uns zu wissen. Und dann untersuchen wir sie. Wir überschaffen uns erst einen groben Überblick und hier schauen wir uns die Haut an, aber auch die Schleimhäute. Also wir schauen auch in den Mund und Genital gibt es auch die Schleimhaut, die man sich anschauen sollte. Die Nägel gehören natürlich auch dazu. Und dann wird die verdächtige Läsion mit diesem Vergrößerungsglas angeschaut. Das nennen wir auch das Dermatoskop. Und zusätzlich tasten wir eben auch noch die Haut ab und die Lymphknotenstationen und da gehen wir eben auf die Suche nach diesen Ablegern oder Haut oder eben Metastasen. Und dann, wenn wir das Gefühl haben, diese Hautveränderung gefällt uns jetzt auch nicht, dann wird die entfernt. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu entfernen. Man kann sie mittels einer Schäfexzision, wie Sie hier links sehen, entfernen. Also natürlich wird zuerst das Gebiet gut desinfiziert und eine kleine lokale Betäubung gespritzt. Und dann wird hier einfach die oberflächlichste Hautschicht abgetragen, wie mit einem Gemüseschäler. Und da bleibt dann einfach eine oberflächliche Hautschürfung bestehen, die dann langsam abheilt. Oder man kann eine Stanzbiopsie durchführen. Das ist meistens so ein Durchmesser von drei bis vier Millimetern, also sehr gering, wo man die Hautveränderung herausstanzt. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, gerade beim schwarzen Hautkrebs oder Melanom, dass es sich darum handeln könnte, dann wird die Hautveränderung beim ersten Mal gesamthaft entfernt. Und hier sehen Sie schon, wie es wieder verschlossen wird. Kommen dann Einzelknopfnähte meistens ran und dann gibt es eine kleine Narbenbildung, die dann so bestehen bleibt. Und dann wird es beim Pathologen genauer angeschaut unter dem Mikroskop. Und so sieht eine Haut jetzt, eine gesunde Haut unter dem Mikroskop aus. Sie sehen hier wieder die Keratinozyten, also die hornbildenden Zellen und hier die Melanozyten, also die pigmentierten Zellen und im Vergleich ein Melanom unter dem Mikroskop. Und auch wenn Sie jetzt nicht gross Profi sind, merken Sie hier einfach ein riesen Durcheinander der gesamten Hautstruktur. Und das ist dann eben auch ausschlaggebend für den Pathologen, dass es sich um das Melanom handelt. Was sollten Sie jetzt von diesem Vortrag mit nach Hause nehmen? Sie sollten Ihre Haut regelmässig kontrollieren, diese ABCD-Regel befolgen und bei ungutem Gefühl mit uns Kontakt aufnehmen. Dies eben ohne zu zögern. Zeit ist alles. Sie können digital oder live mit uns in Kontakt treten. Wir sind gerne für Sie da. Egalement français, o anche in italiano and also in englisch. Also Sie sind herzlich bei uns jederzeit willkommen. Und das Risiko für Hautkrebs aktiv verringern können Sie, indem Sie regelmässig Sonnenschutz betreiben, Kleidung und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor auftragen und die Mittagssonne, wenn möglich, meiden. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und für alle, die noch ein bisschen näher in das Gebiet der Hauttumoren eintauchen wollen, gibt es draussen noch Flyer mit einer grossen Zusammenfassung von der Krebsliga, die zur Verfügung stehen. Danke vielmals.